Fußball Emotionen und jede Menge Spaß Fußball aus der Region für die Region mit Hessen TV Drei Ecken ein Elfer und hier ist Ihr Moderator Fußball aus der Region Albert Nsia Und wieder mal ein frostiges Hallo hier bei Drei Ecken ein Elfer Normalerweise hätten wir ja das Spiel gezeigt Germania-Weibach gegen den FC Loosbach was aber leider heute Morgen um 10 Uhr schon abgesagt wurde, aufgrund der Witterungsbedingungen der Platz war einfach nicht bespielbar Jetzt sind wir bei dem Spiel, was auf Platz 2 auf Facebook gelandet ist, nämlich SV Wiesbaden bzw. Biebrich gegen SV Wiesbaden. Wir sind hier in Biebrich Die Biebricher wollen unbedingt Punkte sammeln damit sie ganz weit weg bleiben von den Abstiegsplätzen und die Wiesbadener wiederum brauchen die Punkte, damit sie nächstes Jahr in der Hessenliga spielen Sollte ein gutes Derby werden, so wie wir es von den beiden Mannschaften gewohnt sind Aber wir hören jetzt erstmal rein, was die Akteure dazu sagen Viel Spaß euch Ja Dennis, wieder mal ein Wiesbadener ein geiles Wiesbadener Derby Was meinst du, wie geht das aus? Ihr seid ja auf Platz 2 und die Jungs nur 10 Aber, was meinst du, was ist drin? Drei Punkte, also wie gesagt wenn wir schon hierher fahren, dann gehen wir von drei Punkten aus Das ist doch klar, also trainieren viermal bzw. teilweise fünfmal die Woche und sind eigentlich recht fit konnten halt wie die anderen halt auch nicht Top-Bedingungen vom Training aber im Endeffekt, die anderen haben das Gleiche wie wir und ich gehe von drei Punkten aus Ihr kriegt auch viel Gegenwind so von wegen Millionarios etc. Wie kommt man damit klar? Und steht man da nicht erst recht in der Pflicht aufsteigen zu müssen? Also für mich persönlich nicht, nein Also ich habe meine Ziele als Spieler und natürlich auch Verantwortung gegen den Verein dass ich halt spiele und auch gut spiele und meine Tore mache, das versuche ich so gut wie möglich Versprochen habe ich den Sacha Amstetter vor dem Vertrag unter Zeichnung, dass ich 15 mache und da bin ich ganz gut dabei Was hast du bisher? Es sind elf Ja gut, dann sind vier Tore noch aber wie gesagt, man muss auch fit bleiben und sich nicht verletzen aber ich gehe stark davon aus Herr Wasic, wie stark schätzen Sie die Biblischer heute ein? Das erste Spiel ist wie ein Pokalspiel Es ist schwer einzuschätzen aber glaube ich ein ganz eng und spannendes Spiel Wie geht es aus? Ich hoffe, dass wir es schaffen können zu gewinnen Was wäre, wenn das Spiel heute verloren gehen würde? Dann haben wir noch 14 Spiele und dann versuchen wir auch 14 Mal zu gewinnen Der SV Wiesbaden eigentlich klarer Favorit in dem Derby, oder? Ja, das stimmt Das heißt, der Tabellenplatz spielt schon Die wollen Meister werden Wir brauchen Punkte, schnell wie möglich aus der Abstiegszone wegzugehen und unsere einstelligen Platz zu erreichen und dann denke ich mal, es wird ein spannendes Spiel Was ist, wenn das Spiel verloren gehen würde jetzt gegen Wiesbaden? Was wäre, wenn wir das Spiel gewinnen würden? Das wäre vielleicht anders Wir werden alles tun, um ein gut und spannendes Spiel zu sein Wir werden auf dem Sieg spielen und dann werden wir sehen, was eigentlich rauskommt Wie geht das Spiel aus? Ich habe getippt 2-1 und stehe ich da hinten 2-1 für uns Perfekt, schauen wir mal Bis später Endlich geht er wieder los, der Liga-Betrieb Beide Mannschaften sind froh, dass das Spiel nicht wie die anderen Partien abgesagt wurde Die Anfangsphase, aber eher Verhalten von beiden Teams Auch wenn Bibrich die erste Chance in der siebten Minute hat Schöner Volley von Ertegul Birgeli Und dann aus 5 Minuten, Oconcer Das bis zur 20. Minute die Highlights der Begegnung Dann kam Engin Aslan Guter Pass von Michael Seidelmann Annahme Drehung Tor Fast eine Kopie des letzten Tores Letzte Woche gegen Niedernhausen Wie man aber in der Hintertorkamera sieht Auch ein bisschen Dusel dabei Bibrich jetzt unter Zugzwang Und nur 3 Minuten später Eckball Und einer reagiert am schnellsten Oconcer mit dem Ausgleich Hier ist schön zu sehen, dass die Wiesbadener auf Raumdeckung spielen Aber eben nicht den Raum, wo Zer steht Das Gleichgewicht wieder hergestellt und beide Teams mit Aktionen in der Offensive Der quälige Mattis Österreich hält einfach mal drauf Super Reflex von Peromeletic Dann wieder auf der Gegenseite Ivan Rebic Mann, 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 den muss er doch machen Hüben wie drüben Chancen ohne Ende Basti Pilger mit der nächsten Da hätte er sich einfach mehr Zeit nehmen können Es bleibt erstmal bei zwei Toren Zumindest im ersten Durchgang Der Pausetech hier nochmal richtig Kräfte freizusetzen Gerade mal zwei Minuten gespielt Und der erste Angriff auf das Wiesbadener Tor Oconcer an der Mittlinie Körpertäuschung gegen Melissa Abate Der Tunnel gegen Roman Schmick Und schon steht er vor der Kiste Und macht ihn rein Was ein Spiel Was eine Leistung von Oconcer Sein zweiter Treffer in diesem Spiel Da kann man sich mal ausgelassen freuen Und die Freundin grüßen Und er sollte noch mehr Grund zur Freude haben Denn die nächste Chance hatte wieder der Stürmer Das hätte sein dritter Treffer sein können Aber das Spiel war ja noch nicht rum Schön gesehen Schuss von Volkans her Den hält Miletic Und dann ist er wieder Oconcer Er ist da Jetzt aber sicher mit dem dritten Tor Wahnsinn Was ein Spiel der 17er der Biebrücher macht Da kann man fast sagen Der Junge schießt die Wiesbadener ganz alleine ab Dann Freistoß SVW Sascha Amstetter am Ball Das war knapp Gut gehalten aber auch von Ademovic Ein Derby, das die 420 Zuschauer hier zu sehen bekamen Für das es sich lohnte in der Kälte zu stehen Denn die nächste heiße Chance ließ nicht lange auf sich warten Biebrich mit Basti Pilger über die rechte Seite Und den Querpass vors Tor Zer Wieder so ein knappes Ding Wiesbaden jetzt noch gut bedient mit dem 3 zu 1 Aber die Orangen weiter bemüht zu verkürzen Starker Kopfball von Dennis Leopold Und wieder ein super Reflex von Ademovic im Kasten der Biebrüche Der Spielertrainer der Gäste Gerade erst von seiner Grippe genesen Mit einem dummen Foul an Staser Alter Und da er vorher schon gelb gesehen hatte Folglich die Ampelkarte Es schien einfach alles nicht so zu laufen für die Wiesbadener Dann eine sehr unschöne Szene Die im Stadion sowie auf dem Amateurfußballplatz nichts zu suchen hat Nach Ermittlungen der Polizei zündeten anwesende Fans des SVW in Wiesbaden Ein Bengalo auf der Tribüne und flüchteten im Anschluss Die letzte Chance im Spiel hatte nochmal die Heimmannschaft Und durch wen? Natürlich! Au concert! Ein super Derby von beiden Mannschaften In dem die Biebrüche verdient gewonnen haben Das aber kein Rückschlag für die Aufstiegsambition der Wiesbadener ist Wie ich finde Ja, Basti Pilger ist gerade hier vorbeigelaufen und hat geschrien Tormaschine! Kann ich nichts hinzufügen Geiles Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall, klar, war super Sag mal, was ist mit dir los? Du bist so ruhig, du hast gerade 3 Tore in einem Derby gegen SV Wiesbaden geschossen Du hast sie alleine abgeschossen Ich finde, man darf das Ganze auch nicht so überbewerten Ist nur ein Landesligaspiel Ich habe 3 Tore gemacht, super, aber Es gibt auch Wichtigeres, morgen früh muss ich um 8 Uhr arbeiten Super am Boden geblieben, gefällt mir Aber letztendlich sind es auch wichtige 3 Punkte gegen den Abstieg, oder? Na klar, gegen den Abstieg nicht, ne Also, unten spielen wir auf keinen Fall mit Es sind nur 7 Punkte bis zu einem Abstiegsplatz Ja, mag sein, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft unten mitspielt Oben auch nicht, aber ich denke mal ein guter Mittelfeldplatz ist drin Also einstellig auf jeden Fall 3 zu 1 im Derby gegen den SV Wiesbaden Geil, oder? Ja, das heißt, hoch verdient von der ersten Minute Eigentlich waren wir eine dominierte Mannschaft Bis um 1 zu 0, sage ich mal, hat meine Spieler etwas mehr Respekt Beziehungsweise ein oder andere Spieler Angst Nach 1 zu 0 eigentlich haben wir Mut und Risiko gezeigt Und in der Halbzeit haben wir schon gesagt, wir sollten daran glauben Das ist der richtige Zeitpunkt, dass wir gegen den SV Wiesbaden spielen Das wird immer schwieriger, wenn man 3-4 Wochen, wo die Mannschaft sich eingespielt hat Und die lange Vorbereitung, die wir gemacht haben, hat sie ausgezahlt Und diese 3 Punkte eigentlich sind die Punkte, die wir bis zur 40-Punkte-Zahl brauchen Und aufgrund von den gesamten 90 Minuten eigentlich ein hoch verdienter Sieg Ich muss ja drauf eingehen Was sagst du zu den 3 Toren von Orkun? Genial, oder? Hervorragende Leistung, hoffe ich, dass er bleibt auf der Spur Und nicht, dass da ein Spiel ist, sondern dass er nächste Woche schon bei Oberliederbach setzt Und dann treibt er sogar 4 Tore schafft Genau Viel Glück dann in Oberliederbach, ne? Alles klar, danke Danke, danke Coach Orkun, 3 Dinge hast du gemacht Sehr geiles Spiel, muss ich sagen, Glückwunsch Jetzt hast du 3 Chancen, den Ball an die letzte Latte zu hauen Bitteschön Viel Glück Ich lebe es mit dem Weg Ich lebe es mit dem Weg Es ist so ein guck Ich lebe es mit dem Weg Ich lebe es mit dem Weg Achtung, auf 3, 2, 1, GO! Ja! Ja! Bei diesem Verein hast du mal gespielt, das ist eine Katastrophe. Ja, ne? Eine Sauerei, wie hier mit mir umgegangen ist, oder Herr Klirn? Aber er war super. Ein super geiles Derby haben wir gesehen mit 4 Toren. Ja, beim Arschießen hat es mich auch mal wieder erwischt. Verdammt, immer in Bibriss! Naja, für euch gibt es auch noch was zu gewinnen. Einfach auf die neu gestaltete dreieckeneinelfer.de Homepage gehen, dort auf Gewinnspiel klicken und dann könnt ihr euch euer Legea-Trikot selbst gestalten. Wieder mit Name, Trikotnummer und dann schicken wir es euch zu. Das war's hier aus dem kalten Bibrich. Ich hoffe, in den nächsten Wochen wird das Wetter wieder etwas wärmer und dann fallen die Spieler auch nicht aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Dreiecken. Ein Elfer. Ein Elfer. Ein Elfer. Ein Elfer.